Drei Twitch-Streamer versuchen, mich dem Killer auszuliefern. Willkommen bei 3vsPhil. In der heutigen Twitch-Streamer-Edition sind dabei Malexius Hey, du gehst jetzt in die Frenzy. Ja, er nimmt mich, obwohl du verletzt und rumläufst! Das ist doch nicht normal mit dem Typen! Ich glaube, du wirst den Malex einweisen. Mach das mal. Paz-Pet Nein! Oh mein Gott, nein! Und Luna Tunix Eigentlich ist das gar nicht. Ist echt geil. Oh no. Ja! Luna! Okay, das war ein Big Frame-Fail. Die Regeln sind einfach. Wer als erstes 10 Punkte verdient, gewinnt. Wenn ich entkomme, erhalte ich drei Punkte. Wenn ich sterbe und nur einer meiner drei Gäste entkommt, erhalten sie drei Punkte. Außerdem können wir uns jeweils einen Punkt zusätzlich verdienen, wenn ich einen meiner Gäste mit der Flashlight oder einer Palette aus dem Killer-Griff rette. Oder sie mich. Die wichtigste Zusatzregel ist aber, dass wenn ich am Haken hänge, ich nicht in die zweite Phase gelangen darf, sondern rechtzeitig von meinen Gästen gerettet werden muss. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Wer sich die Regeln nochmal genauer anschauen möchte, kann gerne in die Videobeschreibung schauen. Es kommt ab heute, jeden Sonntag, eine neue Folge 3 vs. Phil online. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren und folgt auch meinen heutigen Gästen auf Twitch. Viel Spaß mit dem Video. All right, let's go. Okay. Ich bin bei Main gespawnt. Mein Plan ist es, ich habe... Ja, absolut bei Main. Ich habe die Rainbow-Karte dabei mit einem Makka und ich habe Bindung. Which means, ich kann den für euch markieren. Also, ich will euch nur sagen, die Idee hat sie gerade eben eigentlich von mir bekommen. Was? Nein, die habe ich selber. Das war nicht ihr eigener Plan. Also du kannst... No Pics, no Proof. Wesker. Nice, er ist an mir. Na, an mir. Prost. Ich bin mit Lamp. Also Mitte-Links. Ich will Block für dich. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir sind bei nur einem. Er ist noch on me. Yes. Link ist es dann. Ja, es geht es. Ihr macht das super. Ihr macht das ganz großartig. Der luket sich gerade selbst. Du kannst gut Distance machen. Ja, er hat mich verloren. Ja. Ich muss gerade mal gucken, welche Perks ich eigentlich dabei habe. An dem Jam, wo du nach vorne war. Anseitend, dass er jetzt zum Shaq wechselt ist. Er hat nowhere to hide. Ich habe einen Mad-Kit. Ich fähre mich kurz. Der hat auch Sloppy. Kommt außen lang. Und auch noch ein Add-On. Das ist auf jeden Fall ein richtig fetter Mind-Gamer, ey. Auch wenn er sich manchmal selber mindgamet. Ja, vielleicht war das Main-Game ja so stark, weißt du. Der geht bloß nicht zum Shaq, Phil. Der ist unbesiegbar im Shaq. Würde ich ihn nicht looten. Alles klar. Alles klar. Ich glaube dir. Ich habe es auch nur gerade so geschafft mit Glück. Natürlich. Natürlich. Ich habe gar keine Meinung für das. Der ist auf der anderen Seite. Das reicht nicht. Der kommt hier. Ach, guck mal. Wo läuft der hin? Ja, der wirscht so ein bisschen rum. Aber jetzt kommt er in das. Ach, schade. Fabio. Genau. Unter dir? Gewinn. Yes. Hat der einer von euch mal Film gesehen? Ja, auf der anderen Seite der Map. Oha. Ich chill am Main. Also, no joke. Ich weiß. Wir haben hier hinten einen Dreier-Johnnel. Wir müssen den in der Mitte ein paar Wälder-Wolle fertig kriegen. Ähm. Oh, damn. Malek, also ich würde dir empfehlen, geh ins Main. Alter, hat ja weit geschwungen. Holy shit. Also, wo? Eist kalt. Ja, tschüss. Hau rein. War dann auch gut. Das war eine einseitige Geschichte. Ich meld mich. Ja, gib mir deine Nummer. Ruf dich auch zurück. Nicht. Er geht in Filz-Richtung. Äh, geht's nicht? Er ist an mir, er ist an mir. Nein, ist er nicht, ist er nicht. Malek, ich glaube an Karma. Ningen. Äh, ja. Ich glaube an Karma, weißt du? Ja, äh, der, weißt du, er kommt nach hier. Ich bin sogar so gütig und heile dich, Malek, was hältst du davon? Das ist extrem geil. Ich glaube, du hörst auf kurz bevor. Ja, weil du heilt war. Nee, 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 nee. Ich glaube an Karma. Schnell, Luna. Der verarscht mich. Äh, was ist denn schnell, Luna? Was soll ich denn tun? Ja, ja, ich, ich habe euch gerade verwechselt. Ich würde es nicht, wer näher war. Da bin ich nicht nett mehr, Alex. Danke schön. Er läuft da weg. Er weiß, dass er einen 3er-Gin hat. Das wird dann ein bisschen schwierig. Not gonna lie. Ich bin so ein netter Team-Mate, Leute. Boah, Digga, er hat mich wirklich in der letzten Sekunde gesehen, ne? Hat sie erst mich verlautzt? Nee. Okay, okay. Der 3-Gin war aber vorher noch schlimmer. Alles gut. Oh, oh, sorry. Wrong person. Ja, ihr macht das hervorragend. Ich merke das, ich merke das schon. Was, warum gehst du jetzt weg? Ähm, reine Sicherheitsmaßnahmen. Reine Sicherheitsmaßnahmen. Gehen zum Scheck. Okay, ich komme, ich komme. Ich gehe retten. Ladewell. Also, Luna, das war der Hinweis, ne? Hat sie stirbt, ne? Ja. Ladewell. Ach, okay, okay. Das ist ja schon, äh, also du musst dich abhängen, ne? Nein. Das stimmt. Das stimmt. Das ist, äh, ja. Ich kann ein bisschen hier schlafen. Richtiger Malte-Modus. Oh, mein Gott. Voll gut. Lass mal mit Absicht regeln. Dann muss er. Dann muss er. Hier hinten retten. Also hier hinten mitmachen. Oder wir kommen einfach zu ihm, ist gar kein Problem. Also die drei Jets, die hinten stehen, bitte nicht anfassen. Wir gehen auf die andere Seite. Okay. Boah, ich würde mich so hassen, ne? Einfach, weil ich Steve bin. Ja. Ja, du machst das gut, Malek. Du machst das gut. Three-Gen-Chase? Weil wir einen Three-Gen haben, oder was? Nee, 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 nee. Damit ich hin komme. Uh, jetzt gehe ich down. Nice. Hat nicht sehr gefallen. Okay, wo sollen wir jetzt noch mal nicht hin? Warte schon, ne? Geht der abhängen? Ich bin schon. Wir müssen noch einen Gen auf der Main-Seite machen. Da muss noch irgendwo einer sein. Bin sie nicht, aber die drei Jens sind alle dahinten. Oh, oh. Uh, uh. Hi, boy. Das geht. Oh, ha. Ich brauche eine Hose. Oh, Patsy, you got juiced. Nein. Oh. Ah, super, dass du das gemacht hast. Oh. Nein. Patsy, wolltest du für mich tanken? Nein, ich wollte... Ich wollte nicht set backen. Oh, Patsy. Oh, mein Gott. Hier, mitten im Main ist noch ein Gen. Ähm. Ich bin schon raus. Ja. Aber Malek ist irgendwie, dass wir gucken. Der kommt zum Main schon. Ja. Okay. Also nichts zum Main-Building, ne? Okay, okay, okay. Ich bin nicht im Main. Ach so, ja dann. Oh, ich seh dich, Malek, ich seh dich. Ich komm zu dir, Malek. Aber du kannst gern zum Main-Building kommen. Warte mal, Alex. Malek, was war das? Das war auf jeden Fall strong. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Too easy. Oh, mein Gott. Nein, nein, nein. Der tass auf dich, weil er gemerkt hat, dass du mich centraigst. Der hat Persönlichkeit. Ach komm, er hat keine Persönlichkeit. Komm, in den Keller mit dir. In den Keller mit dir. Luna, es liegt alles an dir. Ich wollte gerade sagen, Luna, du musst... What? Warte mal. Oh, nein. Du warst Deathhook? Shoot. Ja. Was macht sie? Hä, was, was, was? Ja, die sind am Main. Ganz, ganz hinten. Okay, siehst du am Check. Hallo, Whisky, es geht. Hm. Hm, hey, mein Chase. Nee. Naja. Ich chille. Tust du das? Yes. Hm, mach ich eine Pallet, eigentlich? Nee, okay. Können wir mal ein Toten, damit ich auch mal ein paar Killerpunkte kriege. Ich hab den Killer so selten gesehen. Hm, ich auch. Ich hoffe, ich hoffe einfach mal, dass der, dass wir alle Paletten weggefasst haben, irgendwie. Was ist das, hä? Was ist das für ein Typ? Ja, der ist voll, der ist, äh, richtig gemägelt. Gut, dann, das war voll. Ich bin nicht dran. Ähm, ähm. Der ist doch bezahlt. Ja, ich hab vorher mit dem beschrieben, warum? Ja. Ja, offenbar ist ihm dann nicht viel bezahlt, muss ich grad mal so anmerken. Geht sich auch um mich, nur um euch. Okay, 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 okay. Sorry, sorry. Boah. Das ist ja wirklich der billigste Wesker auf dem Chase-Markt. Ja, wirklich. Also. Ja. Er schwingt nicht mal rein. Und abused. Ja, ja. Ich bin so, ich bin sowas von irritiert. Okay, mal kurze Frage. Wie seid ihr down gegangen? Wie ist, wie ist das, wie ist das passiert? Ähm, äh, Phil, vielleicht machst du jetzt einen kurzen Rückblick und zeigst dir mal, wie ich down gegangen bin zum Schluss. Oh mein Gott. Too easy. Liebend gerne. Oh. Die Karte. Oh mein Gott. Dankeschön, 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 Dankeschön. Nee, das war den Killer. Also ich glaube, ich geh gleich down, Luna. Ich glaube, ich bin nicht sicher. Ich habe da eine Idee, wenn Luna den Ausgang aufmachen könnte, aber da ist das bestimmt selber gut genug. Ich bin so gezoned, der könnte das so gut ausnutzen, der Kerl. Hm, das stimmt. Ich glaube, auch wenn, wenn sie den Ausgang aufmacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh jetzt. Jetzt ist er. Okay, okay. Hätte ich machen sollen, ja. Ja, hätte ich wirklich machen müssen, ja. Oh, er will nicht, glaube ich. Hm. Oh no. Wait. 99. Nur für mich, Luna, nur für mich. Oh, Renkdorf. Du hast es nicht auf 70 gewartet. Das hat sich erst, weil ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich ihn angucken muss. Oh mein Gott. Ich hatte echt einfach rausgesonnen. Ich habe eigentlich gewartet, weil ich dachte, ich habe, dass er vielleicht das eine Pöp von Freddy hat. GGs. Ich hatte einfach rausgesonnen. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ja, aber den Fall hatte ich so auch noch nicht. Also ja, in dem Fall. Steht ja auch irgendwo. Richtig, ja. Bevor ich hänge, müsst ihr rausgehen. Dann bekommt ihr die Punkte. Wie gesagt, den Fall hatte ich selber noch nicht.